so willkommen zurück also dann marschieren wir noch mal dahinter und gucken uns den doktor an ich dachte gerade wer liegt denn da aber es sind nur die walker ich muss bestimmt noch an diesen spinn dran schätze ich jetzt einfach mal was waren diese patronen hülsen dann die lasse ich lieber in ruhe halt bin ich nicht schon so weit ich glaube ich bin schon zu weit ja klar ich hätte da hinten abbiegen müssen total verpeilt oder irre ich mich doch naja wir werden es gleich sehen man ich glaube ich bin hier richtig hier muss ich rechts glaube ich mein orientierungssinn ist nicht der beste also also die molly hat bestimmt irgendwas mit dieser abtreibung zu tun wurde auch in den kommentaren vom letzten video geschrieben ja sehe ich genauso ob es jetzt wirklich die tochter ist bezweifle ich weil dann müsste diese seuche ja schon eine ewigkeit her ausgebrochen sein halt ach ich muss darüber ja ich vergaß tja fernsehen macht um ach quatsch der lebt noch ja stimmt wir haben ja beim letzten mal auch gesehen wie er sich noch bewegt hat ich wollte gerade sagen schießen will ich aber nicht aber das scheint zu gehen ich hoffe ich hoffe ich bin wirklich tot ich hoffe er ist wirklich tot Scheiße, Zeit um zu gehen. Boken. Das muss sein Schwer sein. Tape. Eine selbe Kombination muss auf jeden Fall sein. Ich habe zwei mehr Tape gefunden. Eine von ihnen ist auf Oktober 10. Das ist der Tag nach dem ersten Mal, die wir sehen. Lass es in. Lass es in. Das ist das, was wir uns in. Ich mache keine Regeln, Anna. Dr. Ich bin bitte, bitte, hilf mir. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sind, kann man versuchen wieder. Aber für heute, wir müssen das machen. Nein. 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 Ich glaube, wir wissen, was zu Crawford passiert ist. Mehr importantly, wir haben die Kombination. Krista, bist du okay? Was ist falsch? Es ist nichts. Das war einfach schwer zu sehen. Keine Angst, ich bin gut. Okay, wir kommen die Mids und gehen die hellen aus hier. Wir sind in der Arbeit. Antibiotik, morphine. Wir nehmen das so viel wie wir können. Okay, ich glaube, wir sind gut. Das ist mehr als genug für deine Leute und meine. Okay, wir gehen. Du weißt, ich habe eine dritte Tape in der Lager draußen gefunden. Vielleicht gibt es etwas anderes da drin. Wir haben die Mids von Omede bekommen. Das ist alles, was ich mich interessiere. Wir gehen zurück in die Klasse. Nicht zu lange, Lee. Das ist bestimmt Molly jetzt drauf. Äh, was? Ach so, das sind die Tape, die ich schon gesehen habe. Denke ich jetzt mal. Ja, wir haben eine dritte Tape. Wir haben nicht mehr. Meine Frau braucht diese Medizine. Without es, sie wird sterben. Oder sie wird starten zeigen, die Symptoms, und sie wird sie wegziehen. Ich kann nicht das passieren. Ich bin sorry, Molly. Ich habe alles, was ich kann. Aber ich habe mich hier zu schauen. Ja, das ist die Crawfurt, nicht wahr? Okay, Molly hat eine Schwester, die krank war, ist, keine Ahnung. Ich schätze, ich kann gehen. Ähm, ja, ich habe es mir alle schon angeguckt. Deshalb brauche ich das jetzt nicht normal machen. Da konnte ich nichts machen. Was ist das? Eine Kopie-Maschine? Nicht, dass es wichtig ist, mit keinem Kraft hierherum. Hm. Vernon und Christa haben bereits alles, was wir brauchen. Okay, also, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich denke, hier gibt es nichts mehr zu holen. Ich renne immer gegen diese Spinnz. Jesus Christus! Oh, du skierst das Sch*** aus mir. Wohin hast du da? Seid, Amy. Ich nehme jetzt die Batterie. Oh, ja, äh, über das. Ich bin nur schade. Hier geht's. Was ist das? Nichts. Ich bin nur schade mit der Ackmaule. Ich weiß, dass du von Crawford bist. Was? Wer hat das gesagt? Ich sah dich auf einem Sicherheitskampen. Warum hast du mir gesagt? Ich habe gesagt, dass es über Crawford gab. Ich habe nie gesagt, dass das so wie ich wusste. Ich habe nie gesagt, dass ich das so lief. Und wenn ich das so mache, dann habe ich dir nichts. Du hast meine Leben zweifelten, aber du kannst mir die Wahrheit erzählen. Wir werden das wirklich jetzt machen? Ich glaube, das ist für dich. Ich war hier mit meiner Freundin. Sie war 14 Jahre alt. Wenn die Möge angefangen hat, und Crawford sich selbst in hat, es war ein ziemlich guter Problem. Wir waren sicher. Wir hatten alles, was wir brauchten, um zu überleben. Dann die Regeln angefangen haben. Keine Person, die nicht in ihrem Platz verhalten können. Keine Person, die nicht in ihrem Platz verhalten können. Keine Person, die eine besondere Beobachtung. Meine Freundin war die Diabente. Und durch die Regeln von Crawford haben, das macht sie eine Liability. Ich habe sie ein secret. Ich habe sie sicher für so lange, wie ich konnte. Aber im Endeffekt, ich konnte sie nicht schützen. Das ist das, wenn ich rausgekommen habe. Crawford. Sie haben immer gesagt, wie ihre Systeme funktioniert. Wie alles besser wäre, als sie zu werden. Aber ich habe gesehen, was sie bereits geworden sind. Ich habe nur gedacht, dass ich sie gesehen habe, bevor es zu late war. Vor sie kamen und kamen meine Freundin weg. Das ist alles, was ich habe von ihr. Ich habe nicht Zeit, um es zu nehmen, bevor ich rausgekommen habe. Ich wollte es einfach, okay? Es ist okay, Mutter. Ich verstehe. Sie ist schön. Was ist das? Ich glaube, das ist die Aufgabe, um rauszukommen zu kommen. Die Tür, die Tür zu schlagen. Oh, Jesus! Sorry, sorry. Ich bin gerade spooked von diesen Bellen. Und dann dann habe ich jemanden gehört. Was du hier machst? Kenny und ich noch nicht die Tür aufhören. Er hat mich aus, um etwas zu schauen, um es zu öffnen. Ich habe das. Oh nein. Ben? Wo hast du das bekommen? Ich habe es gefunden. Es war in der Türkei am Ende der Halle. Oh, wow. Das ist mein Falt. All mein Falt. The hell's he babbling about? Ben? We talked about this. No, wait. I wanna know what he meant. What do you mean, this is all your fault? Penny, I'm so sorry. I'm so sorry, man. Kid, this ain't the best time. Whatever you did, save it for later. Ben, we don't have time for this now. I'm sorry, we... I can't do this anymore. He's got a right to know. Know what? It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck, it was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandits at the Motor Inn, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. And that's when Duck... I don't know. I don't know. Kenny, enough. Calm down, man. You little piss-ass! You're fucking dead, you hear me? Dead! My wife! And child! You got them both fucking killed! Kenny! I said calm the fuck down! Nice group you got here. Not the time, Molly. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind! Do you hear me, shitbird? You can stay behind and fucking rot! Kenny, we'll sort this out later. After we get out of here, okay? Ain't nothing to sort out. I just told you the way it's gonna be. The boat's not big enough for all of us. Somebody's gotta get left behind. Might as well be this piece of shit right here! Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well. But all I wanna do is get back to Omi, and you put that at risk. Wait, don't I get a vote? Of course you do. Ben's nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. On second thought, I think I'm gonna abstain. Leave. I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end. I vote Ben stays with us. What about the rest of us? Don't we get a second? Oh, shit. Hmm, I don't like that. Very bad. Now can we go? Damn right! Vernon! Come on! So much for the armory. What's left of it? A few rounds. That's it. You didn't close that door behind us? I couldn't. The lock was busted. Great. Just fucking great. Come on. There's got to be a way out down here. Oh. Oh, my God. It's not going to hold. Back upstairs. Lee, look. Uh-oh. Okay. This is not really hard. I'm sure I'll go on. Oh, no. Oh, no. Fuck it. Guck nach oben. Guck nach oben. Komm schon. Nach unten. Nach unten. Oh, God. Nee. Is noch keiner. Okay. Weiter geht's. Komm. Fein raus, Kumpel. Komm unten. 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 Komm schon. Ich glaube, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er ist auch nett geflogen. Oh, der auch. Ein bisschen Wut rauslassen. Ah, shit. Go. Noo. Come on. It's all right, Cliff. I'm fine. Any way out of here? This leads to the roof. We might be able to find a way down from there. You didn't come into town to the railroad, did you? Ja, warum? Keine Ahnung, ich kann den Sewer sehen, wo wir in von hier gekommen sind. Ich denke, wir können das machen. Also, was wir warten? Los geht's! Komm schon, los geht's! Oh, fuck! Komm schon! Ben, ich hab dich!